Ja, was könnte die Anlageschance 2023 sein? Die Anlageschance könnte sein, wenn Sie ein paar Stückchen zulegen vom Gold-Somalie-Elefanten und vom Silber-Somalie-Elefanten. Das Spannende ist, bei diesem Münzprogramm, das gibt es seit 2004, ist ein deutscher großer Händler, der sich die Rechte damals von Somalien gesichert hat und hat jetzt viele, viele Fans dazu gewinnen können. Gerade in der Corona-Krise waren die meisten Ausländer nicht mehr Lieferbau, aber der Somalie-Elefant war in Deutschland noch großteils verfügbar. Jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, was denn so der Somalia-Elefant in Gold, ich habe ja schon einige Videos gemacht, wo ich empfehle, das Portfolio, das Anlageportfolio in Gold und Silber zu mischen, ein Teil Anlagemünzen zu nehmen, ein Teil Sondermünzen, der Somalia-Elefant fällt auf das Teil Sondermünzen. Warum? Er hat ein jährlich wächstes Münzbild und er hat eine kleine Auflage. So, wenn wir uns mal anschauen, wir blenden das mal ein, ich habe jetzt hier mal eine Preisvergleichsplattform hier angeschaut, wir haben hier den Somalia-Elefant in Gold ausgewählt, und zwar die Jahre 2020. Der aktuelle Somalia-Elefant kostet gerade etwas über 2.000 Euro und der von vor zwei Jahren, der wird jetzt gehandelt, hier beim günstigsten für 2.425 Euro und beim teuersten für etwa 3.000 Euro bereits, 3.077 Euro haben wir hier genau. Also da sehen Sie, dass es tatsächlich stimmt, was ich schon oft in den Videos erwähnt habe, dass wenn Sie eine Sondermünze mit reinnehmen, mit jährlichem Wechselmünzbild, es auch bekannt und begehrt ist, dass Sie tatsächlich Chance haben, einiges über den Goldpreis zu erzielen, weil die Unze Gold kostet momentan so um die 1.900 bis 1.950 Euro und wie gesagt, Somalia-Elefant von vor zwei Jahren wird gehandelt für 2.4 bis 3.000 Euro, Sie sind da ca. 400 bis 1.000 Euro über den Goldpreis. Also wenn der Preis weiterhin steigt, dann steigt er eh alles mit, aber der Somalia-Elefant eben überproportional. So, jetzt schauen wir uns mal den Silber-Somalia-Elefanten an, und zwar der Silber-Somalia-Elefant, der vor zwei Jahren, gucken wir mal, wo der jetzt genau steht, der steht jetzt der günstigste vor 2020 bei 50 Euro und der zweite Anbieter, den es hier noch gibt, bei 57 Euro und den aktuellen kaufen Sie ca. etwas über 30 Euro ein. Also sehen Sie, was natürlich Sinn macht, das aktuelle Münzbild zu kaufen, weil es das günstigste ist und dann einfach so entspannt zurücklehnen und entspannt warten, dass der Preis steigt. Bleiben Sie unbedingt noch dran, wir zeigen gleich noch mal die schönen Gold- und Silbermünzen der Großaufnahme. Was auch noch spannend ist, das ist das Erfolgsprogramm, eben läuft seit 2004, ist eine kleine Auflage, bei Gold schaffen die im Jahr ca. 3.000 Stück. Gold wird in Bayern geprägt, beim Baischer Hauptmünzamt und bei Silber schaffen sie etwa 100.000 bis 150.000 Stück. So, und jetzt zeige ich Ihnen aber Feinheiten eben gleich in der Großaufnahme. Bleiben Sie dran, bis gleich. So, hier beim Gold, da sehen wir jetzt noch mal das Münzbild von 2022 und hier ist gleich das neue Münzbild von 2023, was Sie jetzt hier auch im Silberbereich sehen. Was das Tolle ist bei diesen Münzen, gerade bei Gold, die sind sehr, sehr groß. Vergleich zu Maple Leaf, Maple Leaf ist ja viel, viel kleiner, also die Münze macht richtig was her und es ist eine wirklich riesige Qualität, nämlich beide Gold und Silber kommen in der 4.9er Ausführung, also wirklich ganz, ganz hochwertig und Sie sehen es ja auch, was das für einen Glanz hat, also das ist tatsächlich einmalig und gerade wenn Sie auf Elefanten, auf Tiere von Afrika stehen, das sind ja einer von den Big Five und der Elefant ist da eben einer davon. Der Somal Elefant ist da auf jeden Fall die richtige Investition. Also genießen Sie noch etwas das tolle Münzbild, abonnieren Sie unseren Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Mal.